Auch wenn der goldene November lange anhält. Irgendwann kommt für alle Motorradfahrer der Moment die Maschine in den Winterschlaf zu schicken. Hier die besten Tipps zum richtigen Überwintern. Die erste Aktion jetzt im Herbst vor dem Einwintern wäre das Waschen des Motorrades. Es ist einfach wichtig, es sammelt sich Schmutz an unterschiedlichsten Stellen und nicht immer ist der Schmutz unkritisch. Der Dreck muss jetzt runter. Motorräder mit Blechtank und das sind die meisten Maschinen werden platt voll gefüllt. Das heißt, man tankt noch ein letztes Mal voll. Das hat einfach damit zu tun, dass Kraftstoff auch als Korrosionshemmer wirkt. Nach dem Waschen, das ist ganz wichtig, kann man jetzt verschiedene Teile am Motorrad schmieren. Das Wichtigste wäre die Kette, die gehört das ganze Jahr über sowieso immer wieder eingeölt, vor allem nach Regenfahrten. Da die Batterie bei Motorrädern sehr klein ist, überlebt sie den Winter oft nicht. Wenn sie im Motorrad einfach eingebaut bleibt. Deswegen würde ich zumindest empfehlen, Plus- und Minuspol abzunehmen, wenn das Motorrad in einer Garage überwintert wird. Wenn es im Freien stehen bleibt, würde ich die Batterie komplett ausbauen und mir jedenfalls ein elektronisches Ladegerät speziell für Motorräder besorgen. Ganz wichtig, vor dem endgültigen Abstellen des Motorrades noch ein bisschen Luft in die Reifen reinzutun. Zwei bis drei, maximal 0,5 Bar mehr auffüllen. Wenn das Motorrad auf der Straße übernachten muss, beziehungsweise den ganzen Winter überstehen muss, ist es sehr, sehr vernünftig eine Faltgarage oder Motorradgarage zu verwenden, also eine Abdeckplane, die wasserdicht ist. Wenn das Motorrad in einer Garage überwintern kann, bei Freunden steht oder in einer Werkstatt, ist es besser, wenn man es nur mit einer Decke oder einem Tuch abdeckt. Ja, unsere Motorräder haben es gut, die dürfen in der Garage überwintern und da bringe ich meine Maschine jetzt hin. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.